moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von nur zum großgrundbesitzer ja wir haben ja in der letzten folge die fahrzeuge noch mal losgeschickt der hier sollte zur 47 fahren weil die muss auch gedüngt werden das heißt wir werden dafür jetzt mal einen kurs machen kurs generierung auffällt 47 na komm dann klicken wir halt so rein da habe ich nicht angenommen abgeschaut ach okay ja er war sehr fertig darauf schon ja gut dann nehmen wir das doch so ob es gebackt hat und nicht ich werde mich über geld nicht beschweren dann schauen wir mal was haben wir denn noch die 41 die was ist denn hier in der nähe da oben wäre die 41 oder die 12 können wir auch machen dann machen wir mal phase 12 irgendeiner sollte aufgetankt werden was haben wir denn hier noch ja der war definitiv hier noch nicht fertig ja gut hat aber ein gutes stück geschafft der hätte gleich auffahren auffüllen fahren müssen was er jetzt auch tun wird am besten dünner wir noch den kurs hier löschen nochmal 500.000 reichte das für die mehkombination ich weiß es gar nicht mehr gucken wir gleich mal da muss ich auch noch zum sammeln fahren hier ist der auch fertig ja hat er wohl gemacht ich habe das spiel neu gestartet wollte ich nicht auch irgendeine mod rein nehmen letztens ähm bestimmt aber ja so bitte jetzt mal zu sechs ich wollte die mod abstellen mit dem dass der immer bremst mit dem ballen ne ich wollte die mod abstellen mit dem ja mal schauen so der muss einmal nachtanken und dann fährt er mal zu 39 ja genau das ist nämlich ich wollte das das ausstellen dass der immer stoppt mal gucken was kostet denn nochmal der mehr der kostet 380.000 hatten wir ja auch die standard ausführen nur die anhängerkupplung hatten wir dran ja ich kaufe den nochmal ja ich kaufe den nochmal das muss ich hier mal erstmal wieder einstellen muss ich hier mal erstmal wieder einstellen also so und der fährt dann jetzt wir hatten doch noch so eine große ballenpress aufgabe die 40 du fährst du fährst dann jetzt wiese 40 bitte er ist an der 12 angekommen hatte ich bestimmt noch nicht angenommen ne ne natürlich nicht wir wollen einen kurs generieren auf der 12 zwei waren vorgewände mit scharfen kurven und fangen auf dem feld rein an los geht's so den lassen wir einmal mit Dünger neu befüllen noch mal gucken ich glaube aber noch ist es nicht soweit wir haben wir hier noch an der 44 ballen liegen aber ich befürchte die sind noch keinen sind noch keine silage weil sollten die silage sein dann kriegen wir verdammt viel geld demnächst also jetzt muss ich mir nur ein autoload anhänger nehmen ne ist doch krass schade so und du fährst dann einmal zu 41 ne die 41 ich hoffe ich hatte jetzt alle erstmal abgefrühstückt kann ich jetzt noch ein paar bällchen wieder sammeln oh da ist der rasenmäher gerade das ist alles voll geworden jetzt sieht man die kleinen Häufchen die ja alle liegen gelassen haben so ok ok so viel musste glaube ich hier auch nicht mehr abgeben wo sollten die für die 40 dann habe ich das schon angenommen habe ich noch nicht angenommen ok hat sich nicht geändert ok 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 So, halben Wagen haben wir voll. Hier ist auch bei der Wiese angekommen, dass wir das in den gleich mal zum Komposter fahren, ne die Komposter ist das nicht, ähm, ja, Gartencenter. Gärtnerei, Gartencenter, keine Ahnung. Und kümmern uns dann darum, dass der zweite Rasenmäher rankommt. Dass wir mal mit den Wiesen hier auch fertig werden, so langsam. Das hat bis jetzt ja ganz gut funktioniert hier. Zack, da unten steht auch noch Gärtnerei. Gärtnerei, genau. So, fahr du mal zur Gärtnerei. Achso, der hier, oi, 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 der ist ja auch angekommen. Habe ich den Vertrag für die 6 angenommen? Auch nicht. Kurs generieren. 2 Bahn Vorgewende. Feld daran anfangen, scharfes Vorgewende. Wo es generieren? Achso, ja. Wo es generieren? Und am ersten Wegpunkt anfangen. Alles schon an ihren Feldern angekommen hier. Hier muss man das auch umstellen, dann muss man hier einmal den Kurs generieren für die 39. Standard wie immer. Am ersten Anfang auf geht's. Hier brauche ich nichts ändern. Der ist auch fleißig dabei. Und hier haben wir den Rasenmäher. Trag akzeptieren. Wir wollen hier arbeiten. auf der 40 machen zwei reihen vorgewinne über drei reihen vorgewinne auf den feld er gibt jetzt bei der wiese nicht in real nicht wirklich sinn aber hier schon weil dann schiebt er keine ballen vor sich her und die arbeitsbreite war glaube ich höher als zehn meter die ist nämlich zwölf meter deswegen passt das bei dem anderen auch nicht so zwölf meter ein kurs generieren bitte die dorf ja so hätten wir das gerne auch wenn cp dann weint das gucken wir uns gleich an er ist nämlich auch an seinem acker angekommen ach so auch natürlich angenommen so auf geht's am ersten bitte anfangen dankeschön aber der ist auch schon wieder hier jeder eine arion sollte aufgetankt werden muss man mal gucken welcher ist denn das tankstelle ist aber jetzt ziemlich weit weg glaube du musst hier erst noch mal einmal wir müssen einmal zur tankstelle sonst war es das mit dem arbeiten eigentlich nur die oral darin stehen wenn wir da einmal zur arion so wenn ich auf die uhr gucke ist die folge leider schon wieder vorbei danke dass ihr da wart wenn es euch gefallen hat würde ich mich über den daumen nach oben freuen und wenn ihr noch nicht getan habt auch gerne ein abo da lassen wenn ihr noch mehr infos und schöne boni haben wollt dann schaut auch gerne mal auf patreon vorbei da habe ich jetzt mich auch im account ist alles im unter dem video verlinkt ich bin auch auf twitch und auf twitter etc also wenn ihr bock habt schaut da gerne mal vorbei ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet bis dahin ciao ciao Vielen Dank.